Hallo, wir sind hier bei GassiTV auf Abwägen und wir befinden uns gerade im Tierheim Pitbull, Stafford & Co. Wir sind hier in einem riesen Freilauf, der wirklich sehr schön ist und Fergie und Amy toben sich hier gerade richtig aus. Der Verein kümmert sich besonders um so Hunde wie Bull Terrier und American Staffordshire.